Architekt, BackspinTV, 94 Sekunden, let's go! Morgens im Bad brauche ich? Sehr lange. Krassester Rapper der Welt? Architekt. Bestes Album aller Zeiten? Hits 2015 von Architekt. Dieser Song läuft bei mir zur Zeit? Nochmal, habe ich nicht verstanden. Dieser Song läuft bei mir zur Zeit? Hits, das Intro von meinem Album, höre ich selber sehr gerne. Schlechtester Rapper der Welt? Ähm, weiß ich nicht. Die besten Beats macht? Äh, Taktmann. Vegetarisch oder Fleisch? Fleisch und vegetarisch, beides. Sample oder Synthi? Beides. Eine Sache für die einsame Insel? Meine Freundin und meine Tochter. Die beste Musikrichtung nach Rap? Äh, Elektromucke. Kannst du ein Musikinstrument spielen? Ein bisschen Klavier. Mein Traumfeature ist? Eminem. Texte schreiben per Hand oder Smartphone? Per Hand und dann in den Computer eintippen. Und dann die Pannscheins im Computer zusammensetzen. Facebook oder Instagram? Und warte, ganz kurz noch eine Sache. Ich mache mal Sprachmemos. Sprachmemos ist auch sehr gut, wenn man unterwegs ist und nichts zum Schreiben hat. Sprachmemos machen und nachher auswerten. Facebook oder Instagram? Facebook. Mein Lieblingsfilm ist? Äh, weiß ich nicht. Warte mal, warte mal. Mein Lieblingsfilm? Wie heißt man jetzt mit dem Mathieu da? Diese Kinder des Mathieu. Die Kinder des Monsieur. Mathieu, äh, Mathieu. Meine Lieblingsserie? Ja? Ja. Backspin. Backspin. Untertitelung des ZDF, 2020